Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Let's Play-Kläusen zu einer gemütlichen Runde Starbound heute an diesem wunderschönen Samstag, ob nur Abend oder Tag. Das ist ganz euch überlassen, ich weiß ja nicht wann der gute Max das Video hochlädt. Hallo Max im Übrigen, der ist heute mit dabei. Lösen, wie immer. Wie immer, wie immer und mit dem Teefuß. Wir werden heute wieder mal weiter bauen. Der Max ist gerade oben, wie ihr seht, schon hart wieder wahrscheinlich am Tüfteln an seinem Tower. Ich seh es gerade nicht, weil ich unter Tage bin und nur mal fix ein paar Ressourcen hole. Also was jetzt war, ich brauch noch ein bisschen Fangsten um weiter Smooth Metal produzieren zu können, um unsere Unterwasser Base zu erweitern. Genau. Sehr schön. Sehr schön. So was machst du denn gerade schönes? Ich hau jetzt noch eine Etage oben drauf. Alright. Und dann, also das wird jetzt noch mal eine geschlossene Etage und dann wahrscheinlich so wie eine Art Ausguck, so Kuppel mäßig vielleicht. Okay, zeig mal, zeig mal. Mal schauen. Zeig uns deine Künste. Oh Himmel Herrgott, hier unten sind wieder, sind böse Menschen wieder, was wir schon mal gesehen hatten, hier so diese, diese, ach diese ägyptischen Gräber mit den Schurken drinnen, die warten und uns attackieren. Da bist du wieder. Naja, an einer anderen Stelle halt hier an dem Planeten, da sind halt zwei solche gemein böse Wichte. Da wird es wahrscheinlich genug geben. Ich bin wohl eigentlich schon wieder auf dem Weg nach oben, deswegen. Also. Es gibt auch nur ein Matter-Menu-Pallator-Tile-Ends. Das hat Schnickel heute. Naja, schade. Naja. So. Mittlerweile hat man so viele verschiedene Blöcke hier zum Bauen im Inventar. Ja, na, es ist schon ganz schön was zum Scrollen da. Aber natürlich nicht den richtigen. Den findest du nie auf Anhieb. So, ich komm jetzt wieder hoch. Gut. Ich habe genug Ressourcen gesammelt, um wieder Smooth Metal herstellen zu können und jetzt werde ich mich endlich mal in unser Schlafzimmer machen, damit wir zwei jetzt endlich mal ein bisschen gemütlich haben. Ah, sehr schön. Jetzt endlich mal hier ein bisschen heimelig wird. Ich muss sagen, ich vermisse trotzdem ein bisschen unsere alte Base. Die hatte trotzdem einen schönen Punkt dort oben auf dem Berg. Ja, das auf jeden Fall. Aber die ist ja nicht verloren. Vielleicht kamen wir ja mal eines Tages zurück und bauen weiter. Ja, ich muss ja sagen, ich bin relativ häufig, naja, drüben, um zu gucken, zwecks Ressourcen, was wir noch drüben haben, was ich benutzen kann, was hier noch nie ist. Naja, aber das wird ja mittlerweile auch sehr rar sein. Ja. Abgeschöpft. Oh, hier ist eine Kiste. Mitten in der Höhle. Mitten in der Höhle eine Kiste. Oh, da ist ein EP-Modul drin, was Licht spendet. Oh, sehr geil. Aber leider bloß eins. Ja, leider nur eins. Nein, du Vogel, lass mich in Ruhe. Hey, du hast mir ja gar nicht die Kiste gefunden, naja. Nee, dich mein dich ausnahmsweise, Manni. Oh, du bist ne, ne, Quatsch, ne, noch ne Kiste, das ist nur ne. Ja, wo ist denn der blöde Block? Der blöde Block? Welchen blöden Block suchen wir denn gerade? Jetzt habe ich sogar nen Namen vergessen hier, außer, nee, das ist Timber. Tinder? Tinder. Der wird doch nie alt. Naja, äh, naja. Der reift. Ja, der reift. So kann man es ungefähr sagen. Jetzt wie guter Käse. Oder... Wein. Naps. Tja, sagen wir. So. Was? Überall sind Steroidenbienen. Ja, das schaffst du schon. Sechs Steroidenbienen. Ja, bin ich blind oder was ist los? Bin ich blind? Hast du den immer noch nie gefunden? Nee. Harte Kunde. Hat sie mir jetzt eigentlich schon gesagt, wie er hieß? Ich hab's schon vergessen. Tja, ich weiß halt auch nie wie er hießt. Ach so verwirrschen. Ja, ich hab nen Kopf wie nen Sieb, das weißt du doch. Oh Gott. Oh Himmel, Herrgott. Oh, hier bin ich aber in einer sehr ungünstigen Position. Eine ungünstige Position? Ja, also... Gerade um mein Leben gefeitet. Ich hab doch gerade eben 100 Stück von denen gemacht. Warte, du hast jetzt 100 Stück davon gemacht und weißt nie wie es heisst. Nee, ich hab's vergessen. Ach so. Mann. Woodpaneling. Hier unten sind sie doch, Mann. Immens in dem Alter. Ja, wir hatten vorhin erst das Thema. Ah ja. Ich hab's schon vergessen. Ja. Also, nur für euch kurz zur Info. Ähm, Dave ist zwei Jahre älter wie ich. Und... Ich weiß gar nicht, warum... Wie kamen wir denn vorhin drauf, wo du meintest? Komm erstmal in mein Alter. Ähm... Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, wie wir da drauf gekommen sind. Tja, also... Wir sind zwei Rentner, wenn... Wenn's Gedächtnis angeht. Ja, wirklich, wirklich. Jedenfalls... Ähm... Ich hab dich nen jungen Mann genannt und da warst du empört. Ja, genau. Ähm... Ja, und daraufhin... Meinte er dann... Komm erstmal in mein Alter. Ja, ich komm schneller in sein Alter, wie er in mein Alter. Das ist schwieriger. Ey... Seltsame Fall, ne? Da ist er wieder. Das ist doch voll logisch. Ja, boah. Und was, boah. Ja, die Zuschauer werden mich schon verstehen. Die verstehen dich. Die sind ja aber auch... Für benachteiligte. Ja. Unsere Zuschauer sind sehr schlaue Leute. So, ich wär hier grad schon wieder von nem Einhorn, äh, im Tütü attackiert. Donder Steroidenbiene, die Tag Team. Du sollst doch keine Drogen mehr nehmen. Niemals! Nimm mir meine Plätze hier nicht weg. Von ner Steroidenbiene und nem... Was war das? Ein Einhorn im Tütü? Hm... Der riesen Eisbär hat gesagt, das ist alles logisch hier. Ja. Und ich traue dem Eisbären. Dem Eisbären kannst du schon trauen, aber wenn irgendwann dein Essen anfängt zu reden. Auf jeden Fall ne der Steroidenbiene, die wirkt unseriös. Ja, die ist auch unseriös. Also der darf so auch kein Wort glauben. Die... Die will dir bloß... Steroiden andrehen. Ich, genau. Oh mein Gott, da kommt schon wer... So geil! Also wo du sagtest, die will dir nur Steroiden eindrehen. Da kamen mir auf einmal wirklich ungelogen drei Stück aus irgendeinem kleinen Höhlenspaar auf, äh, bald auf mich zugeschossen. So wie von wegen, hey Junge, Junge, hey, wir haben was für dich. Hey, du willst doch kräftig sein. Wollen kaufen? Billig, billig. Du willst doch kräftig sein, mein Freund. Komm mal zu mir, ich hab da was. Der erste ist umsonst. Oh Gott. Nein, Steroidenbiene. Du darfst jedenfalls nicht in einen Van mitgehen. Geh nicht in einen weißen Van mit. Da steht Free Candy drauf. Das ist nur um dich zu ködern. Na, was? Da gibt's keine gerade Süßigkeiten. Das ist ne Lüge. Ich geh mit. Aber sag dann nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jetzt sind hier vier solche Kunden, die mir ihr Gesicht zeigen. Alle getötet. Alle eiskalten. Hast du aber jetzt die Candys? Ich hab die Candys gekriegt. Ich hab dir doch gesagt, ich wär ne übers Ohr gehalten. Ich bin in den Van eingestiegen und da war ein nettler Herr. Und der hat gesagt, mach mir die Ohren zu. Ich hab hier ne richtig schöne Hutstange für dich. Und da ging dann eines zum anderen und ich hab was Süßes bekommen. Hm, ne richtig schöne Zuckerstange. Ich hab ne richtig lange Zuckerstange bekommen. Nimm schon wieder Maß an dir. Oh. Ja, ja, ja. Und du wolltest mir sagen, ich krieg nichts Süßes. Ja, tut mir ja leid. Ich wollte alles nur für mich haben. Ja, ja. Das weiß ich doch, ne? Der nette, sehr besprechende Mann hat mir sowas erzählt, dass du schon vorher da gewesen bist und alles für dich haben weil es. Nimm mal. Mensch. Der Pavel, ein guter. So. Ich bin eigentlich immer noch auf dem Weg nach oben. Irgendwie komm ich nicht nach oben. Irgendwie verlaufe ich mich ständig in irgendeiner neuen Höhle. Auf dem Weg nach oben. Ja, komm auf jeden Fall dann mal hoch und sag mir mal, ob dir was auffällt. Ja, ich bin on my way, also. Live is a highway und so, weißt du. Live is hardcore. Highway. Hyper hyper. Ne, ne hyper highway. Hyper hyper. Ja, du, du kommst halt mit, du kommst mit deinen Zitaten und ich komm mit meinen Zitaten. Naja, dass du ein ordentlicher Scooter-Fan bist, wissen wir alle. Oh Gott, ich bin schon in der Sandschicht, Max. Ich hoffe, dass Papa kommt nach Hause. Du musst nicht auf ewig allein hier leben. Schade. Ach. Ich weiß doch, dass du nie ohne mich könntest. Du wolltest dir doch bestimmt noch wieder die Lebensversicherung auszahlen lassen, die wir abgeschlossen haben. Ja, klar. Ich hab' gehofft, dass ich nicht wiederkomme. Panner. Du musst halt das nächste Mal aufpassen auf, welchen Namen du einträgst, der dann günstigter ist. Okay. Ich dachte, ich könnte dir trauen, du Schmieriger. Na, ha, ha. Na, muh, ha, ha, ha. So, I'm on my way. Ich bin schon in die Ocean und in der Army now. Ich bin auf meinem Raumschiff, ich werde mich direkt zu dir teleportieren, damit ich deine meisterliche Baukunst direkt begutachten kann. Das kann ich gar nicht. Weil wir in meiner Meisterlichen Baukunst stehen. Sehr schön hast du gehofft. Ja, oder? Ja, oder? Mit den ganzen Akzenten schön gesetzt. Boah. Reine Presse, du. So ganz schöne Bude hier. Detailreichtum gefällt mir sehr gut. Ja, oder? Und, fällt dir was auf? Also nicht hier unten, oben. Also du hast jetzt die Lampen gebaut hier, ja, die sehe ich, die sehe ich. Oben hast du jetzt eine neue Etage. Na, und fällt dir was an der Etage auf? Naja, was? Jetzt gebe ich dir nur schon so viele Tipps. Naja, warte, ich, ich versuche zu deuten, warte. Ist die kleiner? Wär es dir aufgefallen, hätte ich dich nicht drauf hingewiesen? Naja, spätestens an dem Rahmen. Also, also der hier, das hatte mich stutzig. Also das Fenster ist halt kleiner, wenn du halt hinguckst. Mhm. Also auf kurz oder lang, ist das mutwillig? Soll das jetzt so abwechseln oder soll das jetzt so bleiben? Also willst du jetzt noch höher bauen? Ähm, mir ist es erst aufgefallen, wo ich die Etage fertig hatte. Okay. Und jetzt überlege ich, ob ich es lasse. Naja, du kannst es lassen und wenn du dann mehr drauf setzt, würde ich es aber dann im Wechsel machen immer. Naja, jetzt kommt ja sowieso bloß noch die, die oberste Etage, die Kuppel oder so, die Aussichtsplattform hin. Mhm. Naja, mal gucken wie weit wäre sowieso, dann ja aber noch erweitern und so. Und du musst hier oben mal ein Ding sind, also hier bei deinem obersten musst du ja hin. Obwohl nicht, wenn du hier eine Kuppel drauf machst. Also wegen hier Platz hier. Ach, willst du schon Falltüren? Ja, 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 ja. Damit es nicht mehr reinregnet. Nuh. Und keine Viecher reinkommen. Hä? Die wollen wir hier nicht drinnen haben. Keine Viechers. Ne. So, ich gehe mich jetzt endlich wieder meinem Bauvorhaben widmen, nachdem ich jetzt ein bisschen... Ach nee, erstmal gehe ich zum Ofen. Gehen wir zum Ofen. Und äh, schmelze ein bisschen. Vor Leidenschaft zu dir. Am ganzen Empfangsten machen. Empfangsten sind 50 Smooth Metal. Jetzt mal hochrechnen, Alter. So weit kann ich gar nicht zählen, so viel ist das. Was hast du mir hier eigentlich gerade für ein Lederjacket hingeworfen? Soll ich mich jetzt für dich hier... Ja, klar. Kannst du einmal anziehen. Ist das so ein Kostümding? Muss ich dir jetzt was vortanzen, oder? Ich kann dir auch noch eine schöne Augenklappe geben. Eine Augenklappe? Ne, ich habe lieber mein Blümchen im Haar. Okay, dann halt nicht. Hab ich doch lieber mein Blümchen im Haar. Ähm... Lass mal kurz überlegen. Überleg mal. Das Schlafzimmer. Wenn man eigentlich... Saplings, die man von anderen Planeten hat, hier einpflanzt, wären das dann die Bäume, die hier heimisch sind, oder? Ne, ich glaube wirklich, dass hier der Sapling für sich selbst ist. Weil die... Häsen halt alle Saplings. Aber sehen anders aus, ne? Also das Icon sieht nie anders aus, das Item an sich sieht auch nie anders aus. Also es gibt welche, die anders aussehen, ja. Kannst du nur tryen. Weiß ich nie, wie das gespeichert ist, also ob das... Na gut, dann... Lass ich's lieber, damit ich hier keinen hässlichen Baum hinpflanze, der hier nie hingehört. Oh mein Gott, machen doch Dreck im Notfall. Ähm... Das kostet mir aber zu viel Zeit. Da holst dich lieber irgendwo anders ne Palme ab, hol mir ein Zeppling von dem und pflanzt den hier an. Naja... Mach das mal mit deiner Palme. Anpflanzen, ne? Naja... Naja... Ich wollt's schon nie sagen, weil ich mir dann wieder dachte... Hörst mir wieder was an. Ah... Da mach ich jetzt klein noch eine Etage drauf und dann die Aussicht. Das weiss ich nicht. Kann ich dir leider nicht sagen, Maximilian, wie du das am besten machst. Ich würde eigentlich fast sagen, nein... Ah, weiß nicht. Müssen wir optisch gucken, wie's aussieht, ne? Ja... Immer ne reine Sache der Oktik. Ah, da kommt grad ein Fischi auf mich zu, na kurzer. Ein Fischi. Ein Fischi. Fischi, Fischi, Fischi... So, jetzt fängt hier schon der Glasgang an. Am besten mach ich das Zwei-Dick. Zwei-Dick? Zwei-Dick. Hast du mich grad Dick genannt? Du bist Dick, ja. Wer ist hier Dick? Du, hab ich doch grad gesagt. Frechheit. Oh, ich hab nen Fisch gefangen. Ho, 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 ho. Richtig gefangen? Also, wie, wie gefangen? Hast du einfach nur im Haus, oder? Naja, er ist reingeschwommen. Kannste mal gucken, guck. Kannste, kannst du Fisch, Fisch und Gefangenschaft begutieren. Ja, ne, ich bin nie für sowas. Du bist nicht. Anzeigesrat, ja. Tierquälerei. Und so. Nee, warte, ich komm runter. Der sieht so schön aus. Ne, hier rumfischl. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, siehst du mein Freund? Das ist Eduardo. Was machst du dort? Geht? Die Fischgesäte, du krankes Schwein. Ich bin gegen Käfig-Haltung. Da bringst du den lieber um, du krankes Schwein. Ich habe sein Leiden beendet. Jetzt muss man sein Leiden beenden. Ey, jetzt wird's persönlich. Du hast Eduardo getötet, krankes Schwein. Er hat dir doch eh nix bedeutet. Erst hast du Fröschen die Türen geklaut aus ihren Dörfern. Und jetzt tötest du Eduardo. Bist krank, Junge. Du weißt doch gar nicht, was ich schon alles gesehen habe. Sie sagt, das entschuldigt es doch aber nicht. Kranker Sack. Du weißt doch klar. Ja, wir sind klar, es kann jetzt nicht. Ich werde das so alle fünf Schritte machen, denke ich. Da werde ich immer mal so kleine Schleusen einbauen, damit das schön aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, da wieder. Dort und wieder. Tja. Ja, ne, das sieht scheiße aus. Hast du'n Gott gemacht? Was hast'n Gott gemacht? Ich wollte... Muster, aber... Nee. Nutzt du die Yellow? Nee. Ah, das ist natürlich schade. Wo haben wir's denn, Wicker? Wie hast du mich gerade genannt? Nimm dir immer gleich alles persönlich. Weil du mich wieder reduzierst. Sei froh, dass ich dich nie auf deine Größe reduziere. Meine Größe? Jetzt denken die Leute, ich bin so übelster Zwerg. Ja, genau, das denken die. Naja, auf meine Größe reduziere. Da würde ich mir jetzt nicht gleich wieder die nächste Superlative vorstellen. Da würde ich mir gleich wieder denken, boah, der Typ ist bestimmt ein Zwerg. Ich weiß nicht, ob das so ganz cool aussieht, ob ich hier mit Holzakzenten in dem Glaskang arbeite. Nee. Nee. Wieder konstruktiv wie immer. Da, hey. Du wolltest ne... Antwort. Wollt's gar nicht. Ich hab' vielleicht nur eine... Hab' ich denn eine rhetorische Frage? Hast du das? Maybe. Maybe. 1, 2, 3... Die nächste Folge müssen wir mal wieder richtig Rampage machen, ey. Da muss man wieder richtig schwimmen. Ja. Irgendwann ich muss mal wieder in irgendeine Bibo einbrechen und dort richtig, richtig alles zernehmen. Ich weiß gar nicht, was... was wäre denn so... von der erste eigentlich die nächste Aufgabe? Ne, wir müssen jetzt wieder hier... von inner... äh... Ich weiß jetzt grad halt nicht von Weiche aber von der Alienrasse... ...clus finden. De avians. De avians. De avians. Dschungel. Hm, ja. und findet man um radioaktive sterne das trifft sich ja sowieso wir müssen ja sowieso zu tier stufe tierplaneten um hier das metall zu finden mit dem endlich dem atomik war das du hast du das kann sein du bist auch alt und vergesslich wir hatten es doch vor uns ja eben aber würde ich sagen bevor wir auf den planeten gehen mache ich dir deine rüstung noch komplett fertig ja das wäre eine maßnahme das stimmt nicht dass wir dort auch so zu stricken haben wie wo wir hier das erste mal auf dem planeten hin sind naja du eigentlich war das ja damals ich kann mich noch erinnern am anfang also das tutorial von starbauen früher war eigentlich so gewesen dass du ihnen dass du ihnen also da bist du auch so ein paar schritten gefolgt da gab es diese raumbase und die älster und alles sowas gab es noch nicht und auch nie diese vorgeschichte hier mit denen mit dass du hier der jetzt schon hier dieser dieser protektor bist polizisten artische klaus diese ganze geschichte gab es halt nicht du bist halt einfach irgendwo ich du auf deinem raumschiff aufgewacht und so und dann das war halt kaputt und da hast du halt so ein paar informationen so ein bisschen hintergrund von deinem hier schiffsterminal gekriegt und dann bist du schon auf deinen planeten gekommen da war es die das schiffsterminal dich sozusagen so tutorial mäßig so ein stück weiter an der hand genommen okay und da kam dann irgendwann die mission dass du in bieten bauen solltest in also hier in so wie eine radarschüssel ja den signal aussendet aber da stand schon dazu dass du vorsichtig sein sollst was du damit rufst wenn das ding nämlich hingestellt hast haben dich erst mal mini pinguine angegriffen also er kam wirklich in eine mini pinguin armee an der stelle wo du diese radarschüssel hingesetzt hast die kam wirklich von oben wie spock mäßig runtergespawnt die kommen auch mit einem riesig fetten so halt wie du dir ein ufo vorstellst so kreisrund ein so ein riesenfettes ufo was übelst viel leben hatte und übelst viel schaden gezogen hat und auch diese pinguine hatten knarren damals war das in starbound gewesen da hast du am anfang noch nicht an jeder ecke eine knarre gefunden und so da war das wirklich da war das was also wir sind so halb endgame mäßiges und die haben dich halt erst mal mit übelst panzerfaust angegriffen so diese kleinen pinguine haben auch helme getragen so militärhelme in camouflage mitunter gab es welche die haben kleine mini panzer gefahren und so da kamen dann halt wirklich so acht neun oder zehn solche kleinen pinguine und dieses fette raumschiff wo ein pinguin drin saß und die haben dich dann erst mal ordentlich auseinandergenommen das ist schon geil ich weiß gar nicht weswegen ich dir das gerade erzählt ach ja genau deswegen habe ich nämlich die ganze zeit jetzt die sorge dass wenn wir jetzt auf so einen höherstufigen planet gehen das ist jetzt mal angreifen nicht nur pinguine aber das generell ich erinnere mich halt dass die sehr schwer worden weißt du hast den kaum schaden gezogen und die haben die halt übelst gegeben und ich habe halt die sorge dass diese schwierigkeit ja so langsam erreicht werden müsste weil wir sind ja noch auf keinen widerstand gibt es gestoßen wirklich also wir hatten ja mit noch nichts wirklich zu struggeln hier das stimmt also dass wir so langsam eigentlich an den punkt kommen müssen muss auch mal ein bisschen knifflig wird das stimmt ja das ist ein bisschen maue ich rede jetzt sicher nicht von china was mautze dong ne tut mir leid das war mal der chinesische diktator gewesen damals china kommunistisch gedreht ja nicht so aus brauchst du bei mir gar nicht erst kommen naja was ist es der schöne kann immer das history corner durch den wir mal so kleine einschnitte geben und unseren fans da könnte mich berichtigen und mich in den kommentaren bleiben dafür was ich hier für ein bisschen vermitteln ja genau so ist doch gut da bin ich auch gerne dabei ja als sie selbst anstellt euch zu freuen ne so aber ich sehe gerade wir sind schon wieder bei 28 minuten drei etagen habe ich geschafft super ja ich habe auch noch ressourcen geholt und jetzt halt hier angefangen mit dem glasgang also hier zur kuppel kleid zum schlafzimmer bin auch nie wirklich weit gekommen aber ich habe halt unter tage die folge für mich war es nur unter tage folge diese waren wir heute mal andersrum sehen wir uns am nächsten dienstag wieder näher am dienstag mittwoch am mittwoch am mittwoch am mittwoch nicht stimmt mittwoch erscheinen uns es ist wirklich mal es ist die demenz folge ist das also sehen wir uns am nächsten mittwoch in alter frische wieder tisch wir können gerne noch mal einen schönen like hinterlassen oder einen dislike falls euch nicht gefallen hat ich will euch nie dazu motivieren aber wenn es euch nun mal nicht gefallen hat aber seid vorsichtig der max der ist ein wahnsinniger und er findet ip-adressen raus und dann macht da kurzen prozess ich schicke euch alle und gib uns ein like also konstruktive kritik ist gerne gesehen bis dahin komm max wir gehen uns jetzt ein schön warmes schaubad nehmen schönen Abend noch ciao schönen Abend noch ciao komm komm komm